Jawohl. Drei Betrugsversuche über mein Handy binnen kürzester Zeit. Endlich. Nun kann ich dir zeigen, was passiert, wenn du deiner neuen Tochter helfen sollst. Und was sonst noch so kommt. Gleich nach dem Intro. Sei gespannt. Zuallererst eine Warnung. Ich antworte auf diese Art von Nachrichten, um zu recherchieren und um dann mit meinen Videos warnen zu können. Du selbst sollst bitte niemals auf diese Art von Nachrichten eingehen, antworten oder gar einen gesendeten Link klicken. Ich mache das für dich und zeige dir, was passiert. Um auch andere zu warnen, hilft es, wenn du meine Videos likest und teilst. Dann werden sie mehr Menschen angezeigt und wir verhindern gemeinsam Betrug. Danke schon mal dafür. Dann legen wir mal los. Bevor wir zu einer sehr interessanten Unterhaltung mit meiner neuen Tochter kommen, zeige ich dir zuerst mal das hier. Da schreibt mir doch tatsächlich eine Bank, dass meine App abgelaufen ist. Natürlich ist das Unsinn, das Gruselige daran ist allerdings, dass ich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit die Bawag-App installiert hatte. Ich bezweifle, dass die Scammer einfach ins Blaue schießen und hoffen, dass jeder auf die Bawag reagiert. Gibt es hier einen Datenklau bei der Bank? Aber auch Sparkasse und Raiffeisenbank beklagen Betrugsversuche in ihren Namen. Es ist eigentlich ganz einfach. Klick niemals auf einen Link in solch einer Nachricht. Schon gar nicht, wenn der Absender wie in diesem Fall Bawag-PSK sein soll, obwohl die Bank schon seit 2022 nur mehr unter Bawag firmiert. Und der Link mit Bawag statt mit Bawag beginnt. Bei Unsicherheiten ruf deine Bank an. Aber mit einer Nummer aus deinen Unterlagen oder dem Internet niemals die Absender-Nummer aus der Nachricht rufen. Und wie schon gesagt. Keine Links klicken. So weit, so gut. Gleich kommt meine Tochter zum Zug, vorher allerdings noch eine interessante Nachricht, welche theoretisch auch du bekommen kannst. Bist du auf der Suche nach einem Job? Ich nicht. Trotzdem hat jemand meine Telefonnummer gefunden und mir ein freundliches Hallo geschickt. Dass die Nachricht von einer Juli mit einer indonesischen Nummer stammt, soll mich vorerst noch nicht wundern. Bin ich doch ein weltoffener Mensch? Also antworte ich doch mal auch mit einem Hallo. Wie sich dann herausstellt, ist es keine Juli, sondern ein Julieng. Und der ist Berater bei der Agentur Amtrop Jenewein und fragt mich, ob ich noch auf der Suche nach einem Job bin. Ich habe dann bei meinem Freund Google nach dieser Firma gefragt und gesehen, dass die in Wien stationiert sind. Also habe ich Julien gefragt, ob er denn auch in Wien sitzt. Leider hat er diese Nachricht nie gelesen und daher auch nicht beantwortet. Liebe Freunde, hier handelt es sich selbstverständlich um den Versuch von Datenklau. Ginge die Konversation weiter, würde nach all deinen persönlichen Daten inklusive Foto von einem Ausweis gefragt. Diese Daten verwenden Scammer dann, um mit deiner Identität zum Beispiel Bankkonten zu eröffnen oder andere zu betrügen. Also bitte in dieser Form nie Daten schicken. Auch Amtrop Jenewein warnt auf deren Webseite vor diesen Nachrichten. Also pass auf dich auf. Nun aber zu meiner lieben neuen Tochter. Gehört haben wir alle schon von diesen Nachrichten, aber was steckt dahinter, wenn man tatsächlich antwortet? Ich zeige dir, wie ich mit den Scammern gespielt habe und deren Zeit gestohlen habe, vorher aber noch die eindringliche Bitte, nie auf solche Nachrichten einzugehen. Nummer sperren, Nachricht löschen. Richtig wäre zwar, Anzeige zu erstatten, aber ich fürchte, dass dabei ohnehin nichts rauskommt. Also besser mein Video liken und teilen, damit wir selbst andere warnen. Dann legen wir mal los. Eingangs des Videos habe ich dir schon diese Nachricht gezeigt. So fängt es an. Und hier sollte man schon den Fehler finden. Wenn das eine neue Telefonnummer ist, warum wird diese von einer anderen, unbekannten Nummer geschickt? Aber darauf achte ich alter Mann einfach mal gar nicht, sondern freue mich über diese wichtige Information und schreibe meiner erfundenen Tochter Rosalinde auf WhatsApp. Also sind wir wieder verbunden und ich bin begeistert, wie sich meine Tochter für mich interessiert. Sie fragt, wie es mir geht und was ich so mache. Ist doch schön, wenn die Familie sich kümmert. Aber ich wollte dann nicht länger stören, während sie an ihrem neuen Telefon arbeitet. Allerdings bekam ich einen kleinen Schreck bei der nächsten Nachricht. Sie hat ein Problem? Ob ich helfen kann? Das würde ich ja gerne, aber ich kenne mich doch auch nicht mit den modernen Telefonen aus. Wie sich aber herausstellt, geht es aber um ein anderes Problem. Sie kann ihre Rechnungen nicht zahlen, weil das Konto mit ihrer alten Telefonnummer verknüpft ist. Aber ich könne ja erst mal zahlen und sie gibt mir dann das Geld zurück. Klingt doch vernünftig. Ist es aber nicht. Daher schlage ich ihr vor, doch am nächsten Tag gleich früh zu ihrer Bank zu gehen und alles zu regeln. Ich selbst habe ja auch kein Internetbanking und daher könne ich auch erst morgen zahlen. Meinen Vorschlag ignorierend werde ich wieder gefragt, ob ich denn dann morgen zahlen kann. Und weil sie anscheinend keine Zeit hat, muss ich wohl extra mir dem Bus zur Bank. Ich mache doch alles für meine liebe Tochter. Auch wenn sie sich komisch anhört, wenn sie, bei welcher Bank zahlen du, schreibt. Ach so, Autokorrektur. Alles klar. Und jetzt kommt der Knaller. Aufgepasst! Meine Fragen, wofür denn so viel zu zahlen sei und um ein Foto der Rechnung, werden natürlich ignoriert. So so, darüber reden wir später. Ich bekomme kein Bild der Rechnung, soll aber selbst ein Bild von einem Zahlungsnachweis schicken. Okay, wir verabreden uns dann noch für den nächsten Tag und ich gehe erst mal schlafen. Das hat aber gar nicht gut funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich mir zu viele Sorgen um die Finanzen meiner Tochter gemacht habe. Ich hatte natürlich gar keine Lust, fast 3000 Euro an eine niederländische Bankverbindung zu schicken. Also habe ich mir für Rosalinde etwas einfallen lassen, als sie sich am nächsten Vormittag wieder gemeldet hat. Meine Schlafstörungen hätten dazu geführt, dass ich einen Gang zur Bank heute Vormittag bestimmt nicht geschafft hätte und daher ihrem Bruder alle Informationen mit der Bitte um Erledigung geschickt habe. Und Brüderchen sollte dann Schwesterchen kontaktieren. Anscheinend hatte er sie überraschenderweise noch nicht angerufen. Aber das machte mir nichts, wird schon noch kommen. Ich wollte viel mehr wissen, wann es denn zum für heute versprochenen Treffen kommen würde. Immerhin sollten mir dann ja auch der Betrag und der Empfänger erklärt werden. Stattdessen werde ich wieder nach einem Zahlungsnachweis gefragt. Bisschen dämlich, meine Tochter, hatte ich doch schon erklärt, dass nicht ich, sondern Bruder bezahlt. Also wollten wir erstmal auf den Bruder warten. Bis zum nächsten Tag. Dann die intelligente Frage. Haben du den Zahlungsnachweis für mich? Weil ich meine Tochter doch liebe, habe ich nochmal alles erklärt, bis sie mich dann nach der Telefonnummer ihres Bruders gefragt hat. Weil ich aber dann gemeint habe, dass sie doch bitte die Telefonnummer vom eigenen Bruder selbst haben müsse, haben die Scammer abgebrochen. Dass diese Betrugsversuche am Ende des Tages dann doch immer wieder funktionieren, schockiert mich jeden Tag. Darum werde ich nicht aufhören, Videos zu machen, um so viele wie möglich zu warnen. Natürlich kann ich das nicht alleine, weswegen ich für jedes Like und Teilen dankbar bin. Ich hoffe, du passt auf dich und deine Lieben auf und sage Servus bis zum nächsten Video.